Ja, wir haben jetzt halt ein Problem bei uns. Welches? Wir durften halt aus dem Programm die Sandleitung nicht nehmen. Wir mussten das jetzt ein bisschen anders bauen und das geht jetzt gerade nicht richtig. Also der fährt jetzt eine saubere Linie lang da, ne? Ja! Nein! 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 Puh! 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 Ja! Die Strecke ist in der Nähe der Strecke. Wettbewerb Das ist korrekt, wenn ich mich mache. Aber wir sind halt ziemlich schnell im Gegensatz mit anderen. Vielen Dank. Vielen Dank.